Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie ich zur Schinkelstraße komme? Ja, Schinkelstraße. Das ist hier die Schinkelstraße. Ja. Mein Name ist Winkelmann. Ich hätte gerne einen Milchschick mit Apokose und einem Camparisol. Ich glaube, ich muss jetzt mal. Warten Sie. Winkelmann? Mama, schläfst du schon? Ja. Ach so. Ach, Frau Kekse. Frau und Frau Tietze, Sie haben nicht ein paar Kekse oder sowas im Haus? Kuckuck. Kuckuck. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin hier zum... Sito. Ehe, Froscho. No. E cosa vuole? Es escrito, good time, morgen. E que significa? Cosa significa? Mein Name ist Winkelmann. Búttalo fuori. Guten Morgen. Guten Morgen. Also, wenn Sie hinterher noch da wären, ich hätte ganz gern mal mit Ihnen in Ruhe, ähm... Jetzt esse ich erst mal einen Salat. Tja, also dann. Nicht ganz überlegen, meine Damen, aber Peter, du bist eigentlich kein Übergatz. Tja, dann. Bis später. Signora. Signora. Tja, 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 tja.